herzlich willkommen zu meinem youtube channel heute zeige ich euch eine 3 plus 1 wohnung in alanya oba chashamba pasaran wir haben ikamet wir haben rundbuch alles schön sauber 3 plus 1 mit separatem küche wir befinden uns direkt hinter separatem küchenbereich sehr große küche da hat wir genügend platz man kann sogar hier den esstischbereich auch noch umstellen wir haben platzit fließen wir haben hier direkten zugang auf unserem balkon terrasse ist sehr groß dass wir das alles mal gezeigt haben 140 quadratmeter an rein wohnfläche also wohnfläche beträgt 140 quadratmeter die bruttofläche weiß ich jetzt momentan und die netto wohnfläche bezieht sich auch kein balkon ja ich gehe mal jetzt die alle zimmer mal durch dass sie mal gesehen haben übrigens wir haben keine e geräte wir haben auch keine möbel in dem preis und den preis habe ich vergessen zu erwähnen 124.000 euro wir haben hier unseren wohnbereich ist sehr groß mit stückdecken mit stückleuchten von hier aus gelangen sie auch auf die terrasse unserer tv kabel tv verbindung befindet sich hier auf diese seite können sie auch ihre klimaanlage hier anschließen für die e geräte aussuchen und genauso wie möglich kann ich auch gerne behüblich sein also die stahltüren und so weiter braucht man nicht jedes mal zu erwähnen ist selbstverständlich dass in der türkei alle häuser alle gebäuden stahltüren haben das war jedes mal dafür und wir haben wunderschöne stahltür auch man jeden haus in jeden großen anlage gibt es immer eine stahltür wir haben hier unsere gäste wc kannst mal gerne mal kurz zeigen wir haben hier unsere schlafbereich hört man auch als gästezimmer oder als kinderzimmern wir haben hier überall verbindung zu klimaanlagen die ganzen kabel und rohe alles überlegt und hier ausgeladen sie auch auf die terrasse unsere tv verbindung und unsere stromkabel befinden sich auch diesen bereich und übrigens die korridor und küche ist mit fließen ausgestattet alle wohnbereichen an alle schlafzimmer sind mit praktisch boden ausgestattet wir haben hier unsere badezimmer mit toilette sehr schön also boden fließen harmonieren gut mit dem wand fließen das zeigen wir auch mal ganz kurz wir haben hier unser kinderzimmer gästezimmer also drei plus eins da hat man genügend schlafzimmer 140 quadratmeter genügend wohnfläche und der preis kann jetzt gleich auch verwenden 124.000 euro also da kann man sich auch sagen die klimaanlagen muss ja nicht unbedingt teuer und sein aber günstig und genauso die möbel kann man dann selber beschaffen und wie schon erwähnt ich werde auch da rechtlich sein so jetzt gehen wir mal hier in der masterwettung auch im zugangsbereich aufs balkon wir haben hier unser parkbereich zum abschließen muss ich auch noch eins dazu sagen wir haben keine rolle unsere badezimmer im schlafbereich können wir auch kurz zeigen bitte so da wären wir mal fast schon durch mit unserem video also drei plus eins ober 140 quadratmeter wohnfläche separate küche zwei badezimmer eine gäste wc drei schlafzimmer für 124.000 euro es ist eine erdgeschosswohnung ebenerdig wer probleme mit dem schnien hat oder angst hat wenn man alt wird was mache ich kann die treppe nicht hochlaufen es ist eine ideale wohnung nächste einkaufsmöglichkeit ist 300 meter von mir können sie auch zu fuß ja wer interesse hat kann sich gerne bei mir melden einfach nur anrufen usch an ich komme vorbei und möchte mir das gerne anschauen dann nehme ich mir gerne die zeit für euch also bis dann tschüss tschüss